Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Inkanitsch. Viele kennen mich, einige nicht. Einige viele oder wenige, wie auch immer. Ich wohne in Offstein und arbeite dort als psychologische Schamanin. Lebensberatend, helfend, mit oder ohne Karten. Sowohl als auch als Medium. Ich habe jetzt die erste Trommel fertig gebaut und wollte sie euch mal zeigen. Ich habe das hintere Teil etwas anders gemacht, weil das Feld nicht gelangt hat. Und von vorne sieht sie so aus. In meinem Leben hat es viele Situationen gegeben. Ich bin immer wieder dahin geführt worden. Und viele indianische Dinge kommen von alleine auf mich zu. Den Trommelbau habe ich gelernt beim indianischen Verein Nähe Stuttgart. Natürlich gehört noch eine Einweihung der Trommel dazu. Die folgt noch am nächsten Wochenende. Und so hört sich ihr Klang an. Das war jetzt ein kurzer Einblick. Es ist nicht so einfach. Es dauert viele Stunden, bis so etwas fertig ist. Aber das habe ich schon im letzten Video erwähnt. Wenn Sie Lebensberatungen brauchen bei Entscheidungen, Liebe, Geld oder Beruf oder auch andere psychologische Beratungen. Ich arbeite auch mit Energiemassagen, im Moment nicht blockadenauflösend oder mit schamanischen Heilbehandlungen, die ebenso auch von der Ferne gestaltet werden können. Wenn Sie mehr Informationen möchten, bitte rufen Sie mich an. Meine Homepage ist inkasapientelupa.de Ich habe auch noch eine zweite, inkalaloba.de Und die Telefonnummer ist 0176 75 95 73 49 Ich wünsche euch einen wundervollen Restabend. Gute Nacht. Gute Nacht.